Es ist nichts mehr wert, als ein Burnout oder eine Erschöpfung zu verhindern. Hi, so schnell habt ihr mich wahrscheinlich nicht wieder erwartet hier. Das ist ein sehr spontanes Video, wie ihr vielleicht sehen könnt, so schön glänzend und nicht vorbereitet, wie ich gerade bin. Doch ich möchte gerne auf einen Kommentar reagieren, den ich bekommen habe auf mein letztes Video zum Thema Neinsagen im Job. Und zwar habe ich da ein paar Aussagen vorgeschlagen, die man machen kann. Und jedenfalls kam dieser Kommentar, der sagte, ja, das sind tolle Tipps, aber eigentlich ist es ja nur für Leute, die einen Job neu beginnen, weil in einem bestehenden Job ist es ja super schwierig, plötzlich Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Sogar fast unmöglich, weil man hat ja quasi jetzt schon die sozialen Strukturen so etabliert und darum geht doch das gar nicht. Und ich bin absolut nicht dieser Meinung. Ja, es ist richtig, dass es schwieriger ist, wenn sich die Leute schon daran gewöhnt haben, dass du immer alles annimmst und selten Nein sagst. Und ja, es kann sehr gut sein, dass gewisse Leute nicht so toll darauf reagieren, wenn du plötzlich anfängst, Grenzen zu setzen, wo es vorhin kein Problem war und man dir einfach Dinge auf den Tisch schmeißen konnte. Aber es ist eben nicht unmöglich. Und dieses Video war eigentlich nicht für Leute bestimmt nur, die einen neuen Job anfangen, sondern eben gerade für Menschen, die jetzt in ihrem Job etwas verändern wollen. Also, wie kann man das denn angehen, dass man nicht plötzlich unglaublich aneckt oder plötzlich Konflikte entstehen? Ich glaube, wir bunten Brains neigen manchmal ein bisschen dazu, schwarz-weiss zu denken und denken, es geht nur entweder gar nicht oder mit der Keule. Und das ist genau so ein Fall, wo es nicht so ist. Und zwar, und das habe ich mit ein paar Klientinnen von mir schon erfolgreich umgesetzt, geht es darum, dass man langsam und vielleicht ein bisschen sneaky anfängt, Durchgrenzen zu setzen, was einem noch ein bisschen leichter fällt und auch nicht gleichzeitig bei allen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das nächste Mal ein Auftrag kommt, den du eigentlich gar nicht annehmen kannst, weil sonst alles andere hinten runterfällt und du normalerweise Ja gesagt hättest und Amen und dann voll im Stress gewesen wärst, dann probierst du einfach mal aus zu sagen, Hey ja, Dankeschön, sehr spannend und so würde ich super, super gerne machen, doch ich habe halt einfach noch das und das und können wir vielleicht schauen, ob wir irgendwas anderes ein bisschen depriorisieren können, weil es geht halt einfach nicht. Und klar, das kann sehr neu erscheinen für die andere Person, aber meine eigene Erfahrung und eben auch die Erfahrungen der KlientInnen war, dass gar nicht so eine Reaktion gekommen ist, die sie erwartet hätten oder ich auch bei mir selbst erwartet hätte, als ich das ausprobiert habe. Die Reaktion war eigentlich, ah, okay, sag doch das quasi und ja, wir schauen. Und wenn es notwendig wird, wenn das irgendwie nicht funktioniert richtig, dann braucht es vielleicht auch ein paar direkte Gespräche, weil wenn du ja Mühe hast mit Nein sagen und das dazu führt, dass du ausbrennst, dann kann ja das auf mittel- oder längere Frist nicht funktionieren. Und darum, wenn diese sanften Methoden mit dem Ändern der Kommunikation nichts bringen, dann braucht es einfach ein ernsthaftes Gespräch. Und auch hier muss man ja nicht mit der Keule kommen, sondern kann ja Bereitschaft zeigen, dass man eine Lösung finden möchte. Und das kann dann so etwas sein wie, Hey, ich habe bisher immer alle Aufträge angenommen, ohne was zu sagen, aber in Tat und Wahrheit ist es für mich sehr schwierig, diese Arbeitslast zu halten und alles in einer guten Qualität zu machen, können wir irgendwie was tun, weil für mich funktioniert das nicht. Grundsätzlich gibt es ja eigentlich nur diese beiden Wege. Entweder man bleibt in dieser Rolle drin, wo man nicht Nein sagen kann und es wird einfach immer mehr und am Schluss trennst du aus. Oder du gehst auf irgendeine Art und Weise in Aktion und versuchst, die Situation positiv zu beeinflussen. Und gerade wir bunten Brains haben das Gefühl, wir dürfen das irgendwie nicht. Sehr viele von uns dabei, doch, doch, das dürfen wir. Und es ist nichts mehr wert, als ein Burnout oder eine Erschöpfung zu verhindern. Und wenn das nicht funktioniert in deinem aktuellen Job, wenn das nicht respektiert wird oder du Probleme bekommst, weil du für dich einstehst, dann muss ich sagen, braucht es irgendwie, irgendwo etwas Neues und eine Umorientierung. Muss nicht heissen, dass du den Job hinschmeißen musst, aber es sollte zu denken geben, wenn deine Grenzen nicht respektiert werden. Soviel zu dem Thema. Schau dir gerne das andere Video an, falls du jetzt nicht kapiert hast, worum es geht. Und wir sehen uns im nächsten. Bis zum nächsten Mal.